wir hier wollen vom kennen ins können kommen nicht in der schule nicht im seminar wir sind hier wie im sport im training drauf und vollgas kriegen wir jeden ich sag ja heiß auf kaltakquise dort wo bisher dichte angst alles was dem körper auch schadet an gefühl an energie da war da geht er jetzt raus und sagt jetzt will ich es ausprobieren all das was ihr braucht und künftig einfach richtig richtig einfach überdurchschnittlich erfolgreich und mit richtig spaß dabei in der akquise zum ziel zu kommen wir verlieren lieber gewinn sehenden auges weil wir halt ein profi sind als den kunden aber wir glauben dass der preis schon auch entscheidung mit entscheidung auf alle fälle dieser glaubens hat die länger gehalten als dass die erde eine scheibe sein dafür trete ich heute an und wir zusammen unser job ist die menschen die veränderung zu bringen unsere herausforderung ist es jeden einzelnen von dort wo er gerade herkommt egal wo das sein mag zu seinem maximum innerhalb dieser zwei tage zu bringen hammer